Guten Morgen, was wir uns aber natürlich noch anschauen müssen, ist die Fress-Animation. Ja, meine Katzen, die machen auch immer die Hinterbeine hoch beim Fressen. Ja doch. Okay, da sind wir wieder. Wir sind auf der Suche nach Hilfe. Die einzige Hilfe, die mir spontan einfällt, ist entweder Arno oder wir gehen tatsächlich den kompletten Weg zurück. Also, äh, Arno sag ich schon, ich meine natürlich Ben Shapiro. Oder wir gehen tatsächlich den kompletten Weg zurück und, Leute, so sieht es bei mir zuhause auch immer aus, wenn die Katzen irgendwie mit der Wand springen, äh, gehen den kompletten Weg zurück und holen uns Sireen, 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 ähm, aber ich gehe davon aus, es wird Arno sein. Hier sind nämlich die Totenschädel. Und Katzen landen immer auf dem Vorderpfoten. Ich mag den Game-Spiel, den, den Spielabschnitt tatsächlich. Oh mein Gott. Alter, Speedrun-Strats. Alter, guckt euch das an. No, 360, no scope. Hm. Okay, vielleicht auch nicht. Okay. Gibt's da irgendwas? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es hier wahrscheinlich ein Geheimnis gibt, aber... Ich weiß auch nicht, hab ich ein Inventar? Ich hab ein Inventar, aber... Gut, vielleicht kann ich Items aufsammeln. Ich weiß es nicht. Oh, shit! Das... Ah, fuck! Oh Gott! Das, das hätte ich kaum sehen müssen. Das war so richtig... Wenn... Wisst ihr bei Dragon Ball? Wer, wer noch Dragon Ball geschaut oder geschaut hat? Äh, als ich damals noch ein Kind war, war Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, tatsächlich meine... Mein Lieblings-Anime, klar, jeder hat's geliebt, äh, und wenn die gekämpft haben, dann konntest du immer erkennen, anhand des Zeichen-Stils, was als nächstes kaputt geht, welcher Stein explodiert oder so, weil der dann ein bisschen anders von der Farbe her war. Und das war jetzt genau so ein Moment gerade. Ich hätt's wissen müssen. So. Boing. Äh, okay, ich weiß, wo ich bin. Das heißt, wir gehen nach Westen. Yo! Yo! Da haben wir das Fun-Mail für die Episode. Huh! Alright. Ähm. Hm. Dear God. Da haben wir den... Die Wald-Gottheit? Den Schützer des Waldes? Oder einfach nur jemanden, der sich gerne als Reh verkleidet? Huh. I like, I like. Ich geh nicht davon aus, dass ich als Katze in Gefahr wäre. Ich geh jetzt nicht davon aus, dass irgendjemand die Katze essen oder... ...irgendwas brennt. ...irgendwas brennt. Ernsthaft? Alter, diese Jumpscares! Ähm... Woher kommt ihr? Muss ich nach rechts rennen? Ich muss nach rechts rennen, oder? Oh. Okay, das ist nice. Geh'ah, kleiner Junge. Our Wolf-Brothers won't bother you. Ja? Hä? Traut euch nicht mit mir anzulegen, hä? Fuckfaces! Hä? Square up, you nigger! Arno. Wir suchen Arno. Wie kommuniziere ich mit Arno? Ich gehe mal davon aus, dass ich von oben rein muss. Und dass die roten... Okay, das ist so richtig... Bei Borderlands haben die das immer gemacht. So, wir gehen überall da lang. Wo jetzt rot ist, das zeigt uns nämlich genau an, wo wir hin müssen. So, und dann springen wir hier wahrscheinlich rein. Oh, Jenny! Ich habe sie gesagt, nicht zu gehen. Es gibt keinen Weg, dass wir sie jetzt finden können. Und... Wirklich, sie ist wahrscheinlich schon tot. Das ist unverfassbar, weil... sie war schön. Ich mag sie. Arno. Was, wenn es nicht so late ist? Wir können sie einfach nur da sein. Wir können sie einfach nur da sein. Let me explain es wieder einmal. Diese woods sind schmerz. Es wäre wie ein Needle in einem Haystack. Es muss sich da sein. Vielleicht, wenn wir eine Tracking-Doc haben... Talk no more! The Tracking-Doc is here! Or... A Tracking-Cat. A cat? Hi there! Hi! Was geht? Ich kann es nicht glauben, dass wir ein Stray-Cat durch die woods... in der Mitte der Nacht... Stopp schmerzen. Ich fühle mich wirklich, dass es uns irgendwo führt. Oh! Ich finde es ja mega, ne? Dass Jenny gesagt hat, okay, Alter! Angie ist weg! Jetzt gehe ich erstmal in die Wälder raus und such die! Und wenn... die ist nicht tot, ne? Äh! Oh! This bug... stinks of death! Jenny for the win! Really? To me... It just stinks like shit! Well, yeah. That too. Death and shit! A popular combination. So... Okay. This is it! The Green Family Manor! Most people think it's just a legend, but... It's really here! Great! But take it down a notch, man. Could you? Remember the dead girl in the cave? Yes. But don't go! Don't worry. I've got this. Well, you keep saying that, but... I don't know. That shit was fucked up. Yes. I agree. But unlike her, I know what I'm doing. I don't see you carrying any weapons. That worries me slightly. We don't need weapons. Just stay back and let me do the talking. Hmm... Ben Shapiro here... ...will sie mit Fakten und Logik... ...niederdebattieren. Ich seh es kommen. Ha! Ich kann vorher nicht speichern. Sheila. Ihr Name ist Sheila. It's really... ...you! Hi there, Walter! How are you? Oh... Do not be alarmed. I come as a friend, so... Please, hear me out. This is 8-man Shapiro. My name is Arno, and I'm your biggest fan! I know everything about you. I even know... ...your secret. The thing no one else knows! But that's okay, because it's safe with me. I just... I... ...really admire you, and I understand that... ...you have done all these horrible things... ...for a reason! I came all this way... ...to tell you something important... ...something... ...that will change everything! Walter... ...I... No! Don't! Stop it! Right now! Um... Shit! Um... ...let's fight Angie and get the fuck out of here! Fuck you, Ben Shapiro! Sprich schneller! Du hast fucking 8 Minuten gebraucht, um irgendwas auszukriegen! Jenny, Alter! Jenny? What are you doing here? Return the favor? You're lucky, the key was still in the lock. There's no time to talk, we should get the fuck out of here Angie! Yeah... Let's go! Okay... ...so... ...ich hab immer noch keine Desert Eagle... ...habe ich schon die Pistolen... ...habe ich schon die Kugel... ...aber ich hab keine Desert Eagle... ...habe ich schon die Pistolen... ...ahm... ...man kann natürlich Ben Shapiro nicht einfach so... ...zurück lassen... ...das ist nicht okay... ...das ist nicht okay... ...but... ...maybe I can talk him out of this... Wait! Hey, put him down, asshole! ...let us go, we won't tell anyone about what we saw here... ...what do you want from us? I know your secret, Walter, or should I say Sheila? ...I know your secret, Walter... ...or should I say... ...Sheila? ...yeah... ...you're a girl, alright... ...sure... ...you're Pompeyian... ...and you eat raw meat out here in these woods... ...but... ...I think I know I have done all this. ...ahhh... 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 ...ha-ha-ha... ...wurde das irgendwo gesagt? ...oder... ...ich mein der... ...der... 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 ...ehemann... ...Walter... ...Green... ...hat ja ne Army-Uniform... ...ahhh... ...someone hurt you, na... ...ich glaub nicht, dass Arno irgendwas davon erwähnt hat... ...it's because of your father, isn't it... ...ich, ich, ich... ...ich glaub nicht, dass irgendwas von dem Vater erwähnt wurde... ...ich kann mich nicht an alles erinnern, was Arno gesagt hat... ...aber ich glaub, die ersten beiden waren nix... ...und die anderen beiden würden zumindest zu dem... ...zu der Leiche oben passen... ...so... ...jetzt ist nur die Frage... ...sie hat... ...die Grauen des Krieges gesehen... ...und möchte dem... ...ganzen... ...entfliehen... ...aber deswegen... ...tötet sie Menschen... ...und isst rohes Fleisch... ...das... ...passt irgendwie nicht so ganz... ...gesagt in Erheil... ...und... ...realized... ...they just used you... ...pff... ...das... ...passt auch nicht so wirklich... ...entweder das vorletzte... ...oder... ...ja... ...und... 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 ...past... ...und... ...kates mit dem... ...und... ...und... Ich meine, ich habe das natürlich jetzt absichtlich gemacht, damit wir die Todesanimation von Arno und Angie sehen. Naja, ist ja klar, ne? Ich will ja sowas Dummes nicht machen, weil ich dumm bin. Das heißt, ich darf jetzt nochmal bis dahin spielen und dann darf ich nochmal probieren, ob ich die richtige Antwort hinkriege und dann wahrscheinlich nicht und dann darf ich wieder bis dahin spielen. Dann wird's die letzte Antwort sein. Ich glaube nicht, dass Arno uns mehr Informationen gegeben hat. Ich könnte frühere Aufnahme anschauen, aber das würde Aufwand bedeuten und das bin ich nicht bereit zu investieren. Aber gut, bis gleich, ne? Okay. So, ich muss was zugeben. Ich habe nachgeschaut, was man hier machen muss. Ich habe vieles richtig gemacht, ich habe aber auch scheinbar schon was falsch gemacht. Es kann sein, dass ich Arno nicht mehr retten kann. Ähm, ich habe das offensichtlich zu übersehen. Wie ich mein Respekt hätte zollen können. Ich habe es versucht mit der blöden Münze, aber ne Blume auf den Grab legen. Wäre ja auch mal was gewesen. Aber das habe ich jetzt schon scheinbar versaut. Gut, ähm, ich habe keinen Speicherstand mehr, der davor ist. Es gibt leider nur einen Speicherstand. Ich kann jetzt probieren, ob die Dialogoptionen funktionieren. Wenn nicht, habe ich es verkackt. Dann ist es halt so. Es ist halt so, kann ich nicht ändern. Äh, ich werde das Spiel nicht nochmal bis zu dem Punkt durchschieben. Ist das Arno? Ich kann nicht sagen, es ist ein bisschen, aber... Also, ich wäre nicht auf die Dialogoptionen gekommen. Also, das war korrekt. Sheila ist korrekt. Das ist in Ordnung. Ich weiß, du bist ein Geheimnis, Walter. Oder soll ich sagen, Sheila? Ja, du bist eine Mädel, oder? Natürlich, du bist ein Pompiator und du möchtest hier in diesen Wäldern. Aber ich denke, ich habe das alles getan. Es ist wegen deiner Vater, nicht wahr? Du liefst ihn und wolltest, wie er sein soll. Ich hoffe, es war ihm, das war's, du hattest, du kämpfst und hattest zu überleben. Du musst auch einen sehr speziellen Wälder haben. Das ist, dass du nicht akzeptieren kannst. Du kannst nicht weitergehen. Aber dann du hast Blackmagic und versucht, ihn zurückzuziehen. Aber ich denke, du hast einen Geheimnis verloren, und du brauchst Hilfe. Aber es würde dein Vater's Herz wenn du dich jetzt sehen würdest. Die richtige Antwort ist tatsächlich Blackmagic. Du hast Und hier ist der Punkt, an dem ich versagt habe. Weil jetzt müsste ich antworten, You saw me put that flower on Walter's coffin. You know why I did it? Und hier habe ich die Blume... Ich habe die Blume nicht auf das Grab gelegt. Das heißt, ich habe die Antwortmöglichkeiten nicht. Gut, Arno wird sterben. Da kann ich nichts machen. Sehr ärgerlich. Aber... Äh... Press F in Chat to pay respects. Please. It doesn't have to win like this. Yup. Yup. Wenn ich einen Speicherstand hätte, der weit genug zurück ist, würde ich es machen. Aber habe ich leider nicht. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber gut. Okay, time to fucking run. Out of the way, Nurse. Au. Au. Okay. Eat shit, motherfucker. Okay. Ach, ärgert mich jetzt schon. Naja, vielleicht, vielleicht ist es mal, wenn ich das Spiel irgendwann nochmal spielen sollte, wäre das die Möglichkeit für den Stream. Natürlich wird es gespeichert. I always knew my Elephant Gunn would come in Andy one day. But never in my wildest dreams did I imagine that it would be the legendary Walter Green himself that I shoot with it. It was Sheila Green that you shot. Her dad Walter didn't have anything to do with this. He's been dead for a long time. For reals? I killed a woman? Damn, feels bad. Woman or not, she was a merciless killer. These woods will be safe, for now. All thanks to you. Well, if you put it like that. I'll miss Arno, though. He didn't deserve to dare like that. Was he that bloke on? Yep. Poor sod. If only I'd bought you more time. Maybe you could have saved him, too. What's done is that? He knew what he was getting into. We certainly owe him, but... We can't turn back time. It should have been me who died there. Don't say that. Why would you even think like that? I have cancer, I'm dying anyway. No reason. I'm just sad about Arno, that's all. I have cancer. I'm dying anyway. You? What? No way. You're shitting us, right? I wish I was. My time's almost up. And Arno... You could have lived a long, happy life. Damn. I don't know what to say. There is nothing to say. Let's get back to the farm. I bet George is up already. Someone's got to make him a sandwich. Rip on Arno. Rip. Arno. Rip on here. Rip on here. Rip on here. Oh, wir starten mit einer Katze. Kleines Begräbnis. Oh, wir sind ein guter Wunderschön. Ich möchte es einfach ein bisschen Spaß haben. Und ich nehme meine Gedanken. Und nicht in die Hände zu kommen! Oh, das ist ein guter Wunderschön. Sie sind ein guter Wunderschön. Sie können jetzt rauskommen, kleine Freundin. Ich weiß, Sie sind folgen. Ich weiß, Sie sind folgen. Was ist das? Ein Name tag? Mal sehen. Miller. Ein schöner Name. Wo ist Ihr Oner, Miller? Sind Sie verloren? Na gut. Du bist herzlich willkommen, wenn du willst. Es gibt immer noch Platz für einen mehr Katzen. Call-Out-Cats-Name, um zu aktivieren. Moonlight. Passive Ability. Mr. Grey. Uses 2. Oh. Nur auf Burnhouse-Lane. Interessant. Ich habe gestern nur einmal die Wahrheitssache benutzt. Aber die zweite Wahrheitssache hätte man tatsächlich gebraucht, um Arno zu retten. Also ich habe tatsächlich, ich habe fast alles richtig gemacht. Ich hätte nur die scheiß Blume aufs Grab legen müssen. Ich habe es mit der blöden Münze versucht. Ah. Das ist so ärgerlich. Ah. Es ist, wie es ist. Arno hätte leben können. Gut. Ach. Schnell, gut, gut! Schnell, gut!